ja hallo vor dieses video überhaupt anfangen habe ich leider einen kleinen vorwort für euch zu berichten der nicht so toll ist ich wollte sagen der ton von dem interview ist nicht immer so perfekt geworden wie ich mir eigentlich vorgestellt habe auch mit mikrofon und mein funksender war auch nicht bereit weil ich da dabei auch probleme aber man hat einen ton und ich hoffe ihr versteht da alles so was habe ich dazu noch zu sagen es tut mir einfach leid aber ich würde dann einfach mal sagen ihr könnt einfach eure eigene meinung machen und damit wird ihnen das interview viel spaß also wieder Ich sehe schon ab, hier bei Janni, auf dem Ruckabee-Kanal. Wie ist denn die Hand zu machen? Hi. Ja. Was findet man auf deinem Kanal? Oder was fühlt sich du an? Ich bin mir dazu. 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 Mit welchen Firmen hast du die Fähigkeiten? Ungefähr zwei Jahre? Bin ich da wirklich zwei Jahre? Ich weiß nicht genau, welche Firma anspielt. Ich bin natürlich am Spät Sureck hier. Mit dem wir zusammen arbeiten. Das sieht dann so aus, dass sie uns z.B. gießen, wenn wir die Geschichte machen, dass wir das nicht finden sind. Ich bin keine Vorstellung, aber du sagst, denn das ist schon hier vor. Da gibt es ja noch andere, wie ich es ist. Michael. Blankwunner. Okay. Und manchmal sind in deinem Video auch als Video dabei, wie dein gehört ist. Ja, er hat jetzt erzählt, die Geschichte hat ja irgendwann mal erzählt. Der Name kommt aber eigentlich erst nach Login. Ja. Und wie seid ihr eigentlich auch den Namen Nordrhein-Kaufgabe? Ja. Ja. Aber ja, so hat sich natürlich ergeben. Stimmt, das sind acht Jahre. Ich muss gerade wenigstens nachdenken. Aber wenn du blickern, dann wäre es später. Deswegen sind es echt acht Jahre. Und das beste Spiel ist, was du da hinlässt, in drei Jahren. Und das beste Spiel ist, was du da hinlässt, aber dabei gibt es ein bisschen aus. Weil es ist immer schwierig, und es ist das beste Spiel, und es ist das beste Simulation. Viele sind cool. Ich spiele viele gerne, aber so viele sind unterschiedlich. Okay. Ja, bei mir ist das zum Beispiel die Notruf 1.2, wo du dich mit dem Wettler zusammen festgestellt hast, oder du bist zusammen zu arbeiten, welche Menschen du überhaupt hast. Aus meiner Perspektive ist es sehr angenehm über die Community. Ich hatte da so ein bisschen... Warte, muss man sagen, aus der Nase gezogen. Das war auch da von Leipzig ein bisschen geantwortet, aber es war manchmal, ja, es ist zu direkt, wenn du es willst, kommunikieren sagst, weil es so ist, überhaupt würde man nicht sehen. Okay. Okay, dann kommen wir auch mit der letzte Phase Waffenkarte in Zukunft noch vor, oder... ... 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 Ne, das ist ein bisschen unsicher, das ist ja mit der vielen Anzahl, zum Beispiel Werbpreise durch bestimmte Gesetze, sondern durch bestimmte Gruppe, und wenn du gesagt hast, dann haben wir näher die Werbpreise, wenn wir gesagt haben, dass wir mal die Matikale dann auch mal nach dem Werbepreise, und solange das in Ordnung ist, mit der Nähebeschäftigung, mit der Studie zum Beispiel, was auch, aber, Gott sei Dank, das ist gut, und dann werden wir auch nie versuchen, um das zu unsichern. Ich meine, dann könnte ich sie auch reinlassen mit dem Turbieren, und hier hätte ich dann auch eine Ruhe. Ja, okay. Okay, dann bedanke ich mich beim Anfragen mit einem netten möglichen Hintergrund. Danke. Danke.